Oh, Handschuhe, Handschuhe, HANDSCHUH Ich meine, hier hat er halt die Goppel dabei Ja, die hast du gestern auch dabei gehabt, nur vorgestern nicht Aber vorgestern ist er auch mal die Kette gerissen Nein, das war ein Gatschel Jalalalalalalala Jawoll Wir haben es wenigstens auf 3 Videos her Ja, bist richtig Ja, bist richtig Weiter, weiter, weiter Weiter rechts So, ohne, ich sehe schon die Fahrt Yeeeey Ok Brutal Alter Alter, Kip-Doc, Dings runter Komplette Ding zugeschmissen, die Arschlöcher Ja Dabei ist das ein offizieller Weg Also ich meine, damit ist das ein offizieller Fahrt Ich habe ihn ziemlich um die GPS Und auf jede andere Karte habe ich einen Artruf eigentlich Der gehört jetzt zu dem Rundweg hier Der steht eben Der steht eben, oder? Der steht da? Ah, der steht da Hier oben? Hier oben? Höhö, scheiße Höhö, scheiße Dann kriegst du mich da nebeneinander Kannst du auch Ja, genau Kannst du auch von da oben runter droppen Ja, genau Kannst du auch von da oben runter droppen Ja, eigentlich hast du genügend Platz in diesem Stall Hallo Das sah recht harmlos aus bei ihm, Ewa Da hat wieder nur Kopfgefickelt Ja, das Dach schmerkt gerade, das reine Kopfsach wieder Ja Okay, harmlos Achja Und schon geht wieder das Kopkino los Das ist ja nicht so, wie du das Kopkino Wenn du guckst und siehst dann eben die scheiße Ecke Ja, genau Ja, Pedal abschrauben am besten und den Lenker abschrauben Achja Preiset und lobet mich, ich habe es gemacht Der hat die Lenkerbreite, ne? Ja, der hat den unteren, wie der 40mm Lenker ging Stell dir vor, ich hätte jetzt mal einen Turo dabei, ich habe einen 800er Hahahaha Ähm Ähm Ja, jetzt stell ich mich aber gerade an Ja, ja, so neben einfach runter. Boah. Wuhu. Ah, scheiße. Ach, welch ein Königreich für eine Vario-Stütze. Das scheiß Stelle, wo man Knie aufgeschaut ist, es drückt den Knieschuh und dann genau da drauf. Alter, ist das ein hessischer Stechalz. Noch ein bisschen ausgewaschener als. Da fängt es schon an. Ohohohoho. Da hat sich gerade das Handel verstanden. Ups. 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 A litte bit mistii. Lalalala. Ups. Oh ja genau. Teufel bei Stelle. Ja, ja. Mach doch mal Platz. Mach doch mal Platz. Bin schon weg. Positionswechsel von den Füßen und sie läuft an. Keiner hat was gesehen. Ich sehe nichts mehr weil die Brille auch gelaufen ist. Hier ist ein bisschen mies die Stelle weniger bremsen weniger bremsen sehr schön also nicht unbedingt schön aber machbar ich versuche es gerade. Eizel locker mit Handschuhen ist ein bisschen blöd. Friedensdenkmal. 1,8 Kilometer los Kurva Kurva was? Kurva Feldsturz. Was? Was? Da ist mächtig einer runter gekommen. Wo war denn der? Ich drück mich mal vorbei. Da war wohl etwas ein bisschen Bewegung ins Spiel. Ah bestimmt so neben dem Fels wo er gerade so weggedippt ist. Boah der Nebel ist schon richtig geil. Sowohl in meiner Brille als auch außerhalb. Gehts nicht weiter. Das war's weg. Irgendwas hat... Yo eine GoPro schon mal leer. Das ist definitiv mit dem Wetter zusammen. Das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein. Ich glaube das hat echt was mit dem Wetter zu tun. Aber mein GoPro ist 8 Kilometer ausgegangen. Ja. Akku leer. Ja. 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 Da wäre ich mit denen noch ein bisschen wandern gegangen. Da, schön essen. Und ich habe gesagt Mutti, komm her, wir gehen mal schön essen. Bring aber mal den Autoschlüssel mit. Das ist eine schöne Tour. Da hast du auch...